was mir noch aufgefallen ist das muss ich euch zeigen das muss ich euch sein ein strahlendes hallo mein name ist michael war auch der verkaufstrainer für empathie und zwar mir ist jetzt gerade aufgefallen ich bin ja gerade auf dem weg nach oben mir ist gerade ein wort aufgefallen auf diesem plakat triffst du immer die entscheidung entscheidung für dich noch mal triffst du immer die entscheidung für dich ich habe jetzt gerade zwei videos abgetreten das eine video ist privat für eine facebook community gruppe wo ich ein member mitgliedschaft habe das andere video habe ich schon abgedreht auf der anderen ebene für meinen youtube-kanal dieses video ist auch jetzt gerade für euch für meinen youtube-kanal was bedeutet jetzt triffst du immer die richtige entfernung für dich ich würde mal sagen und ich würde auch gerne ergänzen bei dem wort entscheidung steckt das wort scheidung drin und das wort scheidung und das wort end auseinandergezogen entscheidung das heißt bedeutet wenn du dich entscheidest für dein produkt oder für einen menschen wegrationalisieren aus deinem umfeld wo dich nicht weiter bringt dann treffe diese entscheidung schnell und weise denn du bist ja wachsen persönlich beruflich und auch privat du willst ja weiterkommen in deinem leben deshalb treffe deine entscheidung für dich nicht für mich für dich egal für was du dich entscheidest ob beruflich privat für produkte dienstleistungen und menschen ich würde auch gerne zu dem wort entscheidung doch gerne was ergänzen denn das wort entscheidung zu einem produkt wo man nicht mehr machen möchte wo man nicht mehr publizieren möchte also nicht mehr aktiv angehen möchte vermarkten möchte kann man schneiden 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 um zu wachsen dieses produkt war schon erfolgreich aber jetzt willst du wachsen kannst du das mit diesem produkt oder machst du ein neues produkt oder machst du ein neues produkt um zu wachsen du hast schon ein produkt versuchst es weiter zu bringen aber du merkst du kriegst es nicht weiter also schneidest du entscheidest du dich für das produkt und machst ein neues produkt auf dem markt auf dem markt respektive das ist auch für die dienstleistung so aber wenn du das produkt respektive die dienstleistung schon hast aber die nicht mehr wachsen kann dann schneidest du diese dienstleistung dieses produkt weg und gerät eine neue dienstleistung oder ein neues produkt und dieses machst du noch erfolgreicher und damit wächst du persönlich und beruflich und du triffst somit erko eine entscheidung aber jetzt gehen wir nochmal auf das glatt papier vielleicht finden wir ja noch ein paar interessante sätze wir finden keine interessante sätze mehr aber damit wollte ich ruhig sagen mitteilen dass ihr immer euch von dingen dermaßen entscheiden könnt egal ob es ein produkt ist dienstleistung ist oder halt auch der mensch der mensch der mensch respektive umfeld wenn du wachsen möchtest persönlich beruflich dann solltest du immer eine entscheidung treffen und diese scheidung schnell und rational von der dinge laufen so dass du schnell ein neues umfeld hast und schnell mit dem neuen umfeld wachsen kannst und wenn du noch mehr wissen willst dann daumen hoch kommentieren abonnieren klub glocke ran machen und abwarten aufs nächste video ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis bald euer michael